Soll ich mit diesem Account mal eine Pokaljagd starten? Das wäre doch echt mal lustig, oder? Ja, lauft die Riesenbombe rein, genau. Fantastic. Und damit willkommen zu einer neuen Runderspray Clash of Clans. Und ihr seht es, ich bin aktuell im Troll-Clan. Im Troll-Clan, im Troll-Account. Und möchte euch in diesem kleinen Video etwas, ja, ein paar Informationen geben zum Titan-League-Clan. Wann wird er geöffnet und so weiter und so fort. Oh, ich habe ein Rathaus draußen gefunden, nicht schlecht. Ich habe auch noch die Schweine mittlerweile auf zwei. Und ja, ich möchte euch in diesem Video informieren, wann es denn losgeht mit dem Titan-League-Clan. Was wir genau da machen werden, wer rein kann und so weiter und so fort. Also, fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Wann geht es denn los? Also, es geht Sonntag los und zwar um 12 Uhr. Ich denke mal, das wird für die meisten doch eine recht angenehme Zeit sein. Ich habe es jetzt extra mal Sonntag gemacht, damit auch wirklich alle Zeit haben. Welcher Clan ist es denn? In über welchen Clan sprechen wir denn hier? Es handelt sich, wenn jetzt gleich mal die Sachen von Luigi hier weg sind. Bitte, bitte, Luigi, behalte ich. Es handelt sich um den Zapf4-Coffee-Clan. Der ist nämlich schon auf Level 2. Dachte ich mir, den könnten wir doch wieder dafür nehmen. Da ist aktuell nur der Weißwein-Pirat drin. Den werden wir dann aber rauswerfen. Denke ich mal. Ich hoffe, er wird da nicht böse sein. Also, der Clan. Ihr seht jetzt hier das Clan-Kürzel. Das seht ihr da unten. Muss ich nichts mehr zu sagen. Logo schwarz-rot. Und wie gesagt, das Clan-Kürzel ist ja eindeutig. Das heißt, hier seht ihr es nochmal. Das ist das Clan-Kürzel. Sonntag, 12 Uhr. So, so viel dazu dann. Dann wollen wir mal schauen, wer kann denn überhaupt rein? Im Grunde will ich da gar keine Beschränkung machen. Jeder kann rein. Und wir wollen einfach so weit jagen, wie wir lustig sind. So wie wir Spaß haben und so weiter. Also, da will ich überhaupt nicht jetzt irgendwie sagen, jeder muss in Champion kommen oder so. Das ist eigentlich total das Schwachsinn. Soll einfach der Spaß am Spiel, soll einfach da im Vordergrund stehen. Jeder soll halt so weit jagen, wie das will. Allerdings, so gut, so ein bisschen triezen muss ich dann aber doch. Also, falls dann jemand wieder da ist und jagt dann wirklich keinen einzigen Pokal oder so. Muss ich dann trotzdem mal dann dazwischen gehen. Muss dann, ja, muss dann mal sagen, so geht das nicht. Dann wird vielleicht dann wieder ein neuer Platz frei. Und so weiter. Zwei, drei Plätze habe ich auch schon reserviert für einen Kollegen und noch für zwei, drei Leute aus dem Clan. Aber das sollte natürlich auch kein Problem sein. Was war denn dann noch? Ja, ab wie viele Pokale mache ich den Clan? Ich habe mir überlegt, wir wollen den Clan nicht so allzu hoch machen. Deswegen machen wir den Clan ab 1500 Pokalen. Und wie gesagt, der Spaß steht da auf jeden Fall im Vordergrund. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch zahlreich euch bewerbt. Also, wie gesagt, aber zusammengefasst. Sub4Coffee ist der Clan. Clan-Kürzel habt ihr eben gesehen. Wann wird der Clan geöffnet? Der Clan wird geöffnet ab, also der Clan wird pünktlich aufgemacht, Sonntag um 12 Uhr mittags. Ich werde aber mit meinem Erstaccount da reingehen und nicht mit diesem hier. Mit meinem Erstaccount, mit dem Mobile Fanboy Account bin ich da drin. Dann, wie gesagt, ab 1500 Pokalen, finde ich, ist fair. Das sollte wirklich hier jeder schaffen, auf 1500 Pokale zu kommen. Ja, dann wollen wir gemeinsam ein bisschen jagen. Das steht dann im Vordergrund und ein bisschen Spaß haben. Vielleicht machen wir auch einen Clan-Krieg. Schreiben eine Lulunde locker im Chat und so weiter und so fort. Also, wir hatten ja schon mal einige Community-Clans von daher. Solltet ihr das ja schon kennen. Und wie gesagt, diejenigen, die da nicht reinkommen, nicht traurig sein. Es ist, wie gesagt, alles nach dem Zufallsprinzip. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Deswegen, Leute, das ist dann so das. Oh, wir haben noch ein paar Truppen erhalten. Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal mal angreifen, hier ein bisschen gescheit. Ich finde so viele Rathäuser draußen hier unten. Das ist unglaublich. König auf 1. Die Schweine habe ich übrigens endlich auf 2 mit diesem Account. Es hat etwas gedauert, aber es ging am Ende doch gut. Ich habe 400.000 von beiden. Das heißt, ich könnte eigentlich gleich nochmal die Bauarbeiter ein bisschen bemühen. Ich wollte hier gerne mal die Minen und Sammler auf Max machen hier in dem Account. Ja, wenn ich das iPad mal habe, es ist ja nicht immer da. Von daher kann ich nicht immer genau sagen, wann ich denn hier dazu komme, mit diesem Account zu spielen. Deswegen kann ich dann auch im Endeffekt nicht mit diesem Account in den Titan-League-Clan. Ja. Der ja eigentlich der Sub-for-Coffee-Clan ist. Aber ihr könnt ja auch umsonst rein, wenn ihr schnell genug seid. Wie gesagt, Sonntag, 12 Uhr, 1500 Pokale. Das sind die Sachen, die, ja, die Informationen, die ihr hoffentlich dann auch behaltet bis dahin. Ich werde vielleicht nochmal in der einen oder anderen Folge nochmal drauf eingehen, damit ihr das auch nicht vergesst. Und ich habe jetzt 195 Truppen und habe noch nicht einen einzigen richtigen Gegner gefunden. Ich kann euch gleich nochmal ein, zwei geile Angriffe zeigen auf diese Base. Die haben es nämlich auch in sich. So, wir setzen uns hier mal mit unserem, mit unserem Multi-Touch mal ein paar Truppen hin. Ich setze da echt nochmal ein paar mehr Truppen hin, damit es ein bisschen schneller geht. Den König können wir auch noch dazu setzen. Der sollte nicht in der Reichweite sein, der Kanone. Kümmert sich jetzt noch um das Rathaus. Und es ist fertig. Wir gucken jetzt mal noch, genau, einen Angriff auf meine Base. Die Angriffe sehen im Grunde alle gleich aus. Ich werde komplett zerstört. Ich würde, glaube ich, immer, werde ich immer komplett zerstört? Immer, immer, eine hier nicht. Hier hat einer nur einfach drei Dinger ges... Nee, 27, lol. Der hat tatsächlich richtig eingergriffen. Oh, 98 Prozent. 93 Prozent. Oh. Oh, oh, oh. Ich wurde ja sogar... Ich wurde ja sogar ab und an nicht zu 100 Prozent zerstört. Ja, gut, was ich meine... Was will ich denn gegen so einen Gegner machen? Oh, sogar Drachen hat er auch dabei. Kurz, 8 von Golden Army. Das scheint wohl auch ein deutscher Clan zu sein. Wir gucken gleich mal nach. Vielleicht kann ich mich ja rächen. Das wäre natürlich geil. Er hat Vierer-Truppen. Das wäre ja... Das wäre ja episch, wenn ich mich bei ihm rächen könnte. Das wäre geil. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Komm, 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 komm. Ja, 100 Prozent leider kassiert. Aber nun gut. Das ist... Das ist ja mit diesem Account leider so. So, wir haben hier noch ein, zwei Gestrüpskis weg. Zack, zack. Und wir gucken mal, ob wir uns rächen können bei ihm. Komm, komm, komm. Nein! Können wir uns irgendwo rächen? Nein! Ach, komm, ey. Bei irgendwem will ich mich doch hier rächen. Das gibt's doch nicht. Ah, das ist so diese Funktion, dass sie die nicht... Das ist doch zum Kotzen. Du kannst sie nie benutzen, ohne Scheiß. Du kannst sie einfach niemals benutzen. Das ist so ärgerlich. Mach doch, ey. Ich online... Nee, verfügt über ein aktives Schild. Deine Mutter verfügt auch über ein aktives Schild. Ich sag's dir. Mann! Ich weiß auch nicht, ey. Da wird man doch bekloppt, wenn man das sieht. Ach, Mann. Ich will mich doch rächen. Ist das denn zu viel verlangt? Bei keinem einzigen hat's geklappt. Ihr habt's gesehen. Ich hab jeden einzelnen angeklickt. Und seit, bei keinem einzigen hat die Rache tatsächlich funktioniert. Das ist doch ein bisschen beschämend. Das ist doch beschämend. Na gut, egal. Mach hinne jetzt. Dadurch, dass ich Rathaus 9 bin und so tief bin mit den Pokalen, finde ich auch nie richtige Geg... Also die Gegnersuche kann sich dann dadurch aktuell schon mal etwas länger ziehen. Los! Los, los, los. Oh, wow. Wow. Das ist... Die Gegnersuche funktioniert ja wieder einwandfrei. Matchmaking aller, äh... Ja. Matchmaking bei Excellulums. Ja, wow. Der, das läuft aber hier. Das läuft aber hier. Komm, 44 Pokale. Scheiß drauf. Die nehm ich jetzt mit. 44 Pokale, die nehm ich natürlich eben mit. Gegen unseren Freund aus Asien. Wir machen da schon mal ein bisschen was weg. Und dann nehm ich meine Blitzzauber und dresche die da drauf. Ja, ich weiß. Die, äh, Lager sind unkaputtbar. So, mal gucken, wie vieler Schweinchen jetzt hier noch kaputt macht. Dann setze ich nämlich da noch einen drauf. In der Hoffnung... Ja, das wird nicht mehr ganz reichen. Egal, 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 egal. Egal, egal. Wir gucken mal einfach. Jetzt haben wir da noch was. Ähm, 50% müssten es eigentlich werden. Ich brauche jetzt hier bei diesem Account. Äh, natürlich auch absolut nicht auf irgendwelche Ressourcen zu achten oder sonstiges. Das ist, wie gesagt, ein Account, mit dem ich ab und an mal spiele, sehr selten. Wenn das iPad mal da ist, oder? Wenn das iPad von der Frau vom Hausmeister mal wieder zur Verfügung steht, dann... Dann kann ich, äh, hiermit noch spielen. So. Wir machen da mal auf. Ich hab sogar noch Druck. Ah, wir kriegen sogar zwei Sterne. Sehr schön. Wir kriegen zwei Sterne. Wir können hier oben noch was setzen. Wir machen jetzt noch die Kanone da oben kaputt. Wir kriegen gleich noch das Rathaus kaputt. Und dann hat es sich doch gelohnt, auf jeden Fall. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Wir kriegen zwar kaum Loot, ist mir jetzt aber auch egal. Ich weiß nicht genau, ob ich mit diesem Account vielleicht auch mal irgendwann eine Pokaljagd... Soll ich mit diesem Account mal eine Pokaljagd starten? Das wäre doch echt mal lustig, oder? Ja, lauf die Riesenbombe rein. Genau. Das wäre doch echt mal lustig. Oh, sie kriegen sogar noch... Oh, sie holen sich jetzt sogar noch ein bisschen Gold. Und gleich noch ein bisschen Elixier. Ah, mehr als ich... Mehr als ich tatsächlich noch erwartet hatte. Was ist denn hier noch los? Ach, der König ist auch noch unterwegs. Oh, sehr schön. Wir kriegen auch sehr viele Pokale jetzt momentan. Ich würde mich echt mal interessieren, Leute. Wenn ich... Wenn ich mit diesem Account mal eine Pokaljagd machen soll, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich... Würde mich mal interessieren. Ja, das ging ja sogar noch. 29 Pokale. Es geht also richtig schnell. Wir sind jetzt fast schon bei 1000 wieder. Brauen. Was brauen wir denn mal? Wir brauen das nämlich... Und zwar nehmen wir jetzt noch... Ah, nehmen wir noch ein paar Schweinchen mit. Unsere neuen Schweine auf Level 2 nehmen wir jetzt mal mit. Ich habe auch noch... Ich habe noch eine Kaserne, oder? Oh, ich habe noch eine dunkle Kaserne. Da ist alles in der Mache. Hier machen wir, wie gesagt, die Standardtruppen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wenn ich überhaupt jetzt nochmal mit diesem Account spielen werde. Deswegen wäre es eigentlich schlau, noch mal was in der Clan-Bucht zu haben. Allerdings... Ich muss unbedingt versuchen, mich wenigstens einmal am Tag hier einzuloggen. Kann ich denn was upgraden hier im Labor? Was fehlt mir denn da? 450.000 für den... Ah, da fehlt mir ein bisschen was. Ah, komm, den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Und dann würde ich sagen, Leute, sind wir auch schon am Ende. Wenn es euch gefallen hat, diese Folge zu schauen, dann gebt mal einen Daumen nach oben. Wie gesagt, die Informationen zum Teilen, die Claren sind, wurden jetzt hier alle erteilt. Ich werde es euch nochmal die Tage sagen. Nochmal zum... Zur ID, zum Clan-Kürzel. Das seht ihr da unten. Da, wo Clan-Kürzel steht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniere, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit dem normalen Account. Macht's gut. Ich wünsche euch nur einen schönen Tag. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.